Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Fear Effects. Jo, im letzten Part habe ich hier noch einige Male recht, ja wie soll ich das ausdrücken, sehr überreizt genervt und bis zum Ausbruch des völligen Zorns weiter gemacht. Das habe ich natürlich rausgeschnitten, ja, ich weiß jetzt auch ungefähr wie das hier jetzt funktionieren sollte, vermute ich zumindest, ich kann es euch mal erklären. Ihr seht ja rechts den langen Weg, der dann von rechts nach links herum weiter geht und da geht es anscheinend nicht weiter. Ja, dazu muss man da vorne in dieser Kurbel drehen, in diesem Rad und zwar wahrscheinlich mehr als einmal. Und ja, ja, okay, das war es jetzt schon wieder, wegen der blöden Steuerung. Hier ist wirklich das Letzte, die Steuerung. Ich konzentriere mich jetzt mal. Ja, es hat schon wieder viel zu lange gedauert, bis er losgegangen ist. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. So, jetzt geh doch schneller, 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 schneller. Ach, komm, Junge. Ja. Und da hat er sich verhakt und dann geht es nicht. Er geht nicht gleich los. Nee, Leute, also wirklich diese Steuerung ist wirklich das Hinterletzte. So, jetzt geht es mal hier. Komm, schneller, Junge, schneller, schneller. So, dieses Rad hier muss man wohl mehr als einmal benutzen. Ich kann hier leider auch keine Veränderung sehen. Ich versuche jetzt mal ganz recht zu schauen. Einmal benutzen das Rad. Ja, seht ihr jetzt eine Veränderung? Ich bin unsicher, ich weiß es nicht. Einmal hat auf jeden Fall nicht gereicht, das weiß ich. Ich versuche es jetzt mal zweimal zu drehen. Und dann mal schauen. Ob es geht? Ja, äh. Das ist so sauschwer. Wenigstens habe ich diesmal auf Anhieb geschafft, hier hinzukommen. Drehen wir noch ein-, zweimal? Zweimal versuchen wir es mal. Ich kann da wirklich keine Änderungen erkennen. Vielleicht müssen wir erstmal einmal nach links da rein. Oh nein, da geht es ja auch rot. Okay, okay, ja. Okay, also ich glaube, das ist der Punkt, wo ich endgültig aufgebe. Ich weiß es nicht. Oder ich schaue mir ein Walkthrough an oder irgendwas. Alter, das ist wirklich abartig. Ach komm, zurück, Junge. So, jetzt lauf mal schnell, 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 schnell. Okay, Leute, ich werde mir jetzt mal die Lösung anschauen. Das reicht mir, sonst wird mir das echt zu blöd. So, Freunde, ich habe nachgesehen. Und es ist tatsächlich so einfach, wie ich es am Anfang dachte. Bloß anscheinend bin ich einfach zu blöd, da rumzukommen und habe gedacht, es geht nicht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine, wenn ich es denn schaffe. So, jetzt erstmal nach oben. Komisch, jetzt geht es auf einmal ganz einfach. Und hier tatsächlich nur einmal drehen. Und dann. Oh nein, schneller. Oh. Ah, jetzt hat er wieder zu lange gebraucht. Ja, ja, ja. Ja, okay. So, schneller laufen, mein Freund, laufen. So. Also, hier benutzen. Und jetzt müssten wir eigentlich. Wieso? Da, weiter, 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 weiter. Eigentlich müssten wir da weiterkommen. Erstmal nach rechts nochmal. Äh, nee. Stopp, das stopp, 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 stopp. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich sag's euch jetzt endgültig. Ich werde dieses Spiel nicht weitermachen. Das ist mir wirklich einfach zu affig, ja. Zu blöd. Zu schwer. Und nee, äh, da vergebt mir wirklich jeglicher Nerv. Ich werde es vielleicht mal irgendwann als, ja, Zusatz uploaden oder so. Ohne das zum Ende zu haben und mit vorheriger Ankündigung. Aber nee. Es macht, es macht definitiv, nee. Da ist wirklich bei mir der Punkt erreicht, äh, die Schmerzgrenze. Da habe ich echt keinen Bock mehr. Sorry, ja. Tut mir leid, aber nee. NNM-Gelände. Das ist einfach, nee. Nee, da fehlen mir die Worte, wirklich. Yo, bye, bye.